auf ich muss mal wieder die Züge checken und das sieht gut aus das sieht wirklich gut aus die Straße ist nicht connect, hab ich ganz vergessen da muss ich die jetzt connecten wohl die Nachfrage ist auch so gering, wieso will niemand einziehen, wieso Leute zieht doch ein, ihr wollt doch hier einziehen in diese schöne Stadt nein und nicht zur Autobahn connecten so Bild nach unten, jetzt kann ich das irgendwie hier so connecten nein, das geht alles nicht, weil da die Autobahn im Weg ist hm, ich mach's mal hier so nach unten da fährst du nach unten ne, das geht da eigentlich gar nicht, ne, da ist der Autobahn im Weg ich mach's nicht so, und dann nach da und ungültige Form, aha so, und dann nach da, so dann ist auch diese Seite hier connected, okay, so super, super, aber nein, da entstehen doch Staus nein, kannst du es glauben oh man, wieso ich weiß es nicht, boah, da fahren jetzt schon ein bisschen mehr, oh boah, da fahren so viele Autos jetzt schon runter also die Autobahn ist wirklich in Verwendung yo, hier ist das Gefälle auf gar keinen Fall zu steil nein, 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 auf gar keinen Fall nein nein, und manchmal wo das Gefälle voll nicht steil ist beschwert es sich okay, dann stehen hier mal ein paar Autos im Stau ja, komm ja, jetzt fahren die Autos los ah, hier sind noch Müllwagen, ah, jetzt können auch die Müllwagen, denke ich mal, chilliger hier hinkommen oder beziehungsweise schneller, das kann auch sein, ja, ja ja, 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 okay, der Stau entsteht langsam hier schon ich denke, das geht hier gar nicht, das, ich denke, das hier läuft gar nicht, das hier läuft gar nicht ich muss das hier umbauen ich hatte, ich habe, ich habe das schon befürchtet ach ja, ach ja, ich denke, ich denke, das wird auch gar nicht hier lösen, der Stau so, ich muss das so bauen ah, es sieht aber so gut aus aber das geht leider nicht vielleicht irgendwie so, nein, das läuft nicht na, nein, von hier, ja nein, das geht nicht, das heißt, ich muss das von hier bauen mache ich, denke ich einfach mal so so, und dann von hier einmal hier nach oben ah, ne, nach oben kann ich, denke ich, aber auch von da bauen ich denke, ich mache es aber von hier, so so, ja, sollte alles ganz gut aussehen so, mache ich mal jetzt gleich ja, jetzt müssen die Autos kurz ein bisschen flyen ein bisschen fliegen ja, soll es auch flüssiger gehen, das ganze Ding ich denke, es läuft jetzt auch flüssiger, ja, ja weil jetzt hier auch kein, keine Ampel da ist ach, das war doch gar kein Stau, denke ich, oder? ist es ein Stau? doch, hier ist, da oben ist ein Stau, aber hier nicht ja, ja ich weiß nicht also auf jeden Fall sollte ich jetzt besser laufen ich denke, es läuft auch besser Forstwirtschaften, aha hä, habe ich eine Forstwirtschaft? ja, richtig, ich muss ein Industriegebiet mit Forst äh, äh, Wirtschaft den ganzen Womens machen ähm, wo ist, wo sind die Gebiete? ne, ich muss mal abchecken, wo ich hier überhaupt Wald habe wo sind meine Ressourcen hier, so Wald oh, ich habe ganz viel Erz noch im Angebot Öl habe ich auch ganz viel im Angebot, oh am meisten habe ich eigentlich hier gibt es ganz viel Öl aber das wird gar nicht verwendet, ja, ja ob ich denn sonst noch Öl oh, oh, hier gibt es ganz viel Öl aber hier ist das reiche Gebiet, das kann ich da oh mein Gott, hier gibt es ohne Ende Öl ei, 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 ei äh, was gibt es hier noch? oh, hier gibt es auch noch sehr viel Öl, ja da oben gibt es viel Erz ich habe auch viel Wald hier gibt es zum Beispiel sehr viel Wald ich denke, ich mache hier so eine Forstwirtschaft den ganzen Womens oh, hier gibt es so viel Öl aber ich habe da den ganzen gemacht da im Gebäude steht in Flammen ah, wieder die Kriminalität ich weiß nicht, wieso oh, hier gibt es sehr viel Wald oh, das wird für die Forstwirtschaft perfekt oh mein Gott hier ist fruchtbares Land und ich habe es verkackt scheiße äh, ich habe es fruchtbares Land verkackt hier ist es nicht so fruchtbar, schade also dann wird auf jeden Fall nix mit, ähm aber hier gibt es auch noch fruchtbares Land da könnte ich das machen also hier gibt es auf jeden Fall nicht viel Landwirt wird es nicht viel Landwirtschaft geben ich denke, ich werde hier na, aber die Nachbargesgänge deswegen lohnt es sich eigentlich auch gar nicht ähm Öl 25 Einheiten pro Woche in Verwendung von oh mein Gott ähm, also ich werde denke ich keine, ähm ja, Landwirtschaftsindustrie oder so machen oder nee, Forstwirtschaft jetzt auch nicht weil, ähm ja, die Nachfrage ist einfach so gering für Industrie und so dass es sich einfach gar nicht lohnt was zu machen so, was hast du denn hier? Freizeit ah, das ist Freizeit mhm, da sind die Distrikt mhm, mhm, mhm oh, den Distrikt 11 muss ich vergrößern Distrikt 11 Distrikt 11 da 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 vergrößern, vergrößern äh, jupp, so, sieht doch gut aus was hast du denn, ja? ne, das ist Erzindustrie, das ist was ist denn entfernen sie die Spezialisierung der Industriegebiete der ausgewählten Stadtviertel und wandeln sie in generische ja, in generische Industrie um okay Ölindustrie Stadtviertel löschen aha mhm Forstindustrie und das ist hier Agrarindustrie aha sehr interessant also ich wollte weiter die Viertel abchecken okay, hier ist der Flick 11 ja, mhm Distrikt 5 ganz klein boah, Distrikt 9 ist groß ich denke, Distrikt 9 ist der größte Distrikt weil da ist auch hier nur ein bisschen hier zum Leben da oh, Distrikt 4 ist auch riesengroß boah, ne Distrikt 6 sollte das der größte Distrikt sein auf jeden Fall Bevölkerung 0 aber sehr viele Leute wo ist da gibt es Gewerbegebiet oh ne, gibt es gar nicht hier gibt es gar kein Gewerbegebiet das verarscht mich das will mich verarschen ah, für die, äh Touristen ist eigentlich hier Touristen 312 ja wie viel fliegen eigentlich mit dem Flugzeug, Leute? vielleicht sollte ich einfach mal hier ein paar Straßen löschen und machen damit die Leute hier nur mit dem Flugzeug entkommen hm hm, das wäre natürlich, äh, sehr fies und auch sehr teuer für die Leute naja, ja also die Autobahn hat sich auf jeden Fall gelohnt jetzt fahren hier auch ein paar Leute ich denke, die kürzen jetzt auch ein bisschen ab das ist natürlich sehr fein also ich denke, die, äh also die Autobahn sieht scheiße aus ich denke, ich baue das hier auch so um wie auf der anderen Seite damit es überall gleich aussieht Symmetrie ähm also das geht auf jeden Fall nach oben das heißt, von hier muss es nach oben gehen ja, come on wie der Lisa, come on ne hallo vielleicht funktioniert das gar nicht weil das ist näher dran oh ne, das funktioniert das funktioniert okay äh das geht in die Richtung das heißt, hier ist die Ausfahrt das heißt, ich muss das hier umdrehen aber die andere Seite, die funktioniert eigentlich gar nicht hm hm, hm kann man andere Seite funktionieren los geht's vielleicht so ne, 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 ne vielleicht von hier so irgendwie das wird gar nicht funktionieren das ist natürlich ein bisschen blöd hm ich denke, das liegt einfach an der Autobahn das hier einfach so nah dran gebaut ist hm ich hab ne Idee ich hab ne Idee ich baue einfach die Autobahn um haha das läuft dann auch natürlich das muss dann auch weg dann baue ich das hier einfach so äh so ganz nah dran so und dann nach da oben so, klatsch der soll sogar auch funktionieren äh so und dann geht's nach unten na, das ging gerade aber es sah hässlich aus ne, 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 ne ja, so geht das aber das sieht hässlich aus auf jeden Fall vielleicht von hier irgendwie so ja, das ging das ging oh, das geht das geht auf jeden Fall so okay dann kamen auch hoch und hier kamen runter ja, ist natürlich alles fein so, bleib okay dann, wenn es funktioniert ist gut dann sieht es jetzt auch schön aus ja, 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 ja alle Fahrer, ja, 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 ja okay, also die Autobahn soll ich euch jetzt auch noch weiter nach unten vergrößern ähm ne äh, erweitern gab's nicht ah, ja, hier gab's viel Ölindustrie hier gab's viel Öl also nicht, da gab's da ey es gibt's keine Ölindustrie aber hier gibt's viel Öl ich denke, das Öl da werde ich auch auch mal in die Ölindustrie verwandeln. Das wird, denke ich, auch was Tolles sein. Also ich denke, ähm, wo ist es hier? Zack, so. Ähm, ich denke, ich werde die Autobahn mit der da connecten auch. Also mit der Autobahn connecten, also die beiden hier irgendwie so eine Connection machen. Und so, damit sie auch beide connecten, boah, 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 viele Leute auf die Autobahn fahren. Und die kein Wasser? Nö, die haben Wasser. Die Vogel sagen, dass sie setzt. Also die Leute sind auf jeden Fall nicht sehr glücklich, weil die da irgendwie an der Straße sofort wohnen. Auch wenn das da Schalldämpfmauer ist, die sehr klein ist, die eigentlich nichts bringt, diese Schalldämpfmauer. Die muss größer sein, die muss größer sein, größer, größer sein auf jeden Fall, damit sie auch was bringt. Weil sonst ist sie einfach nur so da. Okay. Also. Ähm, ich denke, ich werde die Autobahn einfach hier weiter nach unten vergrößern. Und dann mal schauen. Autobahn! Glitch. Ah, dann muss ich wieder, äh, dann muss ich wieder Pause klicken, Straße entfernen. Ich denke, der Park muss auch flöten gehen. Ja, ja, das kennen wir ja alle. Oh, das will ich hier gar nicht entfernen. Ah, vielleicht geht's auch oben da, äh, vielleicht müsste ich auch die Straße gar nicht entfernen. Ich denke, ich müsste die Straße gar nicht entfernen. Das ging auch ohne dem. So. Das hier geht auch etwa hier so. Wetsch. Oh, nee. Äh, da ist ein, äh, da ist ein, äh, da ist ein Golden Gate, nicht Style Bridge. Nein. Mach ich einfach so eine gerade Straße. Hallo? Nein, hör auf. Mach es einfach so, und dann nach oben, so nach unten. Ja, der Park muss weg. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass das Spiel hier so ein bisschen buggy ist. Der Park muss auch weg. Ja, 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 ja. Ja, ja, komm mal. Jetzt hier so. Ne? Nein, nein, Straße, lass mich in Ruhe. Nein. Ne. Blöd, Straße. Wenn ich hier reinzoome, was bringt mir das eigentlich gar nichts? Äh, ja, ich mach's mal so. Sieht natürlich nicht ganz gerade aus, weil die Straße einfach scheiße gebaut ist, weil das Spiel halt barriere ist. Standard. Nein. Nein, hallo. Geht das? Gehe, Straße. Nein, ich will das nicht von oben. Äh, jetzt muss ich die Autos, ach, ich entferne einfach mal die Autobahn wieder. Oh, da hab ich ja oben ne Ende. Also, so Kohleprobleme habe ich auf jeden Fall gar nicht jetzt gerade. Äh, nein, ich will das nicht nach oben connecten, ich will das mit unseren Straßen connecten. Hallo? So. Shit. Fuck. So. Okay. So. Ah, jetzt steht es noch. So, jetzt müsst ihr noch die Biederausweisen. Let'sch. Jetzt muss ich noch die Autobahn verlegen oben. Auto-Bahn, Auto-Bahn. So, super, super toll. Es ist jetzt geworden. Oh, da fehlen noch ausgewiesene Gebiete. So, jetzt läuft's. Jetzt läuft's, das Game. Dann mach ich mal Play. Dann dreh ich mal kurz diese Straße hier um. Let'sch. So, dann muss ich das hier weiter verlegen. Nach unten. Ein Gebäude steht in Flammen. Aha. Ah, ich könnte auch die Autobahn von hier nach da verlegen, oder? Nee, nee. Die können hier einfach über die Stadt durchfahren. Ja, ja. Hier von der Autobahn runter, dann durch die Stadt und dann dahin. Ja, ja. Das geht auch. Das geht alles auch. Muss ich nicht so viel Autobahn bauen. Spare ich Geld? Obwohl ich Geld und Ende habe. So, jetzt könnte ich aber hier wieder Straßen und Stelzen bauen. Und zwar diese hier. Hier rüber. Hier Golden Gate Bridge Style. Also Double Gate Bridge. Diese Burke ist rich. Ja. So, ähm. Das muss ich dann hier noch weiter verlegen. Hier rüber. Och, nö. Straße, nö. Mann. Ich gebe mich waschen, die Straße. Aber so läuft das Game. So, äh. Okay. Gate Bridge Style Straße. Ja, come on. Ich würde so haben. So. Ja, okay. Jetzt steht die Straße. Jetzt muss ich es noch umdrehen. Glitch. 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 So. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, da fehlen ein paar Häuser und so. Aber ist nicht schlimm. Oh, was ist das denn eigentlich? Nicht genügend Kunden. Was? Das heißt nicht genügend Kunden? Ah, oh. Da sind ein Männchen. Ups. Mit Geld. Hier. Okay. Also ich muss... Ich weiß gar nicht, wie ich das hier genau bauen soll. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie ich das hier so... genau bauen soll. Das kann man hier natürlich vieles hier so umbauen. Ich muss auf jeden Fall... Ich will... Ja, ich muss nicht. Aber ich will auf jeden Fall diese Autobahn auch hier mit connecten. Ich weiß, was ich machen werde. Ich habe hier diese Kreisverkehre. Nein. Ah, ich konnte diese Straße hier verwenden. Diese hier. Kann ich sie drehen? Ah, auf jeden Fall kann ich sie drehen. Ja, ja. Ich konnte ja diese Straßen mit der Zuglinie in der Mitte bauen. Ja, 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 ja. Aber, ja. Ich bin halt dazu nicht gekommen, sie hier irgendwo zu bauen. Also die Straße hier ist auf jeden Fall ganz cool mit der Zugstrecke hier in der Mitte. Kann ich zeigen nochmal. Ja, das sieht auf jeden Fall cool aus. Aber ich bin halt dazu nicht gekommen, sie zu bauen und irgendwie viel umzubauen. Dann habe ich das keine Lust und so. Tralala. Dann wird es halt aus dieser Straße gar nichts. Nein! Straße! Hier ist die Rundung. Also die Runde hierfür. Die sieht auf jeden Fall cool aus. Ui, oh, wie kann ich hier irgendwie so drehen? Ja, irgendwie so geht das schon. So. Also, ich wollte das hier machen. Bezeichne. Ich mache das hier so. Ähm. Joa, come on. So, mache ich das. Ich mache das so. Ne, connecte ich die Straße von nach oben. Hiermit. Nein. So, und das nach oben. So, sieht so gut aus. Da können die Leute jetzt hier auch hinkommen. Und jetzt, äh, baue ich hier, denke ich, Industrie. Also, ich denke, ich mache hier Distrikte 13 und zwar hier unten. Hier alle so, das ist so, du, du, Zügen, so. Hier in der Mitte sind zum Beispiel keine Bäumchen, sei ja. Hier könnte ich nur Forstwirtschaft machen. Ich denke, aus Distrikt 13 mache ich, äh, ein reines Industriegebiet. Ah, nee, da müsste ich einen neuen Distrikt ausweisen. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Also, ich mache hier erstmal, ähm, Dingens. Ähm, ja, Ölindustrie. Aber ich denke, ich mache das dann in der nächsten Aufnahme, weil... Die Aufnahme ist jetzt schon leider zu Ende. Nein. Ich konnte das noch da alles bauen, tralala, aber die Aufnahme ist schon leider zu Ende. Also, auf jeden Fall... Boah, ich weiß nicht, wieso das Gebäude so viele Kriminelle anzieht. Ich weiß es gar nicht. Hä, die Gebäude haben ja auch kaum Besucher. Sehr komisch. Los, Besucher, kommt her! Sehr, sehr komisch, ja. Einige Null, einige Paar, einige Null. Hahaha. Okay, also auf jeden Fall, ähm, das sieht sehr gut aus. Die Zuglinie sieht gut aus. Die Autobahn sieht auch sehr gut aus. Also, auf jeden Fall, ähm, mit diesen Worten bennege ich schon auch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Bis zum nächsten Mal.